Bei der Strukturlegetechnik erfolgt nach einem Einstieg mit einer Materialerarbeitung oder einem Lehrervortrag als erster gemeinsamer Schritt das Kartenmemory, bei dem eine kleine Präsentation der wichtigen Begriffe ganz zentral ist. Eine solche Präsentation kann ich als Lehrer ganz einfach mit jeder Präsentationssoftware vorbereiten, mit den gängigen großen Anbietern genauso wie in diesem Fall mit OpenOffice. Ich wähle einfach eine Anfangsfolie und nehme die bereits vorhandene Textbox, in die ich einen ersten Begriff aus unserem Beispielthema Literaturepochen schreibe. Anschließend muss ich natürlich alle übrigen Textboxen per Rechtsklick ausschneiden oder löschen. Dann bringe ich unsere Textbox entsprechend in die passende Form und stelle die Größe so ein, wie ich sie für meine Präsentation gut brauchen kann. In diesem Fall verändere ich sie in der Höhe und der Breite. Anschließend kann ich auch die Fläche dahinter mit einer schönen Farbe füllen, kann dem Ganzen auch noch eine Linie mit einer schönen anderen Farbe als Rahmen geben, sodass ich dann anschließend auch einen tatsächlichen Kartencharakter habe. Diese Karte werde ich jetzt mehrfach duplizieren. Ich kann jetzt diese Karte kopieren und einfügen. Ich muss sie danach verschieben und diesen Vorgang oft genug wiederholen, in diesem Fall zehnmal. Wenn ich genug Fälle habe, kann ich sie mit den übrigen Begriffen aus meinem Beispielthema beschriften. Am Ende muss ich dann schauen, dass ich auch alle animiere. Dafür muss ich alle Felder einmal anklicken und für jedes Feld die entsprechende Animation auswählen. Wenn ich das in der richtigen Reihenfolge gemacht habe, erscheinen die Begriffskarten nacheinander, wenn ich klicke. Sonst muss ich die Reihenfolge hier tauschen. Am Ende kann ich einmal die Präsentation testen. Wenn alles geklappt hat, kann ich die Folie kopieren und ein zweites Mal einfügen. Dann kann ich den Schülerinnen und Schülern im Unterricht zunächst die Begriffe alle nur vorlesen. In der zweiten Runde kann ich sie dann einfach präsentieren, dass sie gelesen werden. In der dritten Runde zeige und lese ich alle Begriffe. Nachdem die Schüler die Begriffe dann alleine notiert und in Gruppen vervollständigt haben, geht es darum, die Begriffe inhaltlich zu klären. Dafür brauchen die Schüler eine Möglichkeit, die Karten auf Weiß-ich-nicht- und Weiß-ich-Stapel zu sortieren. Für die Arbeit mit den Karten und den Stapeln ist onko.de eine schöne Möglichkeit. Onko ist werbefrei und ohne Anmeldung zu nutzen. Daher kann ich direkt ein neues Onko anlegen. Dafür gehe ich zunächst in die Auswahl und erstelle eine sogenannte Kartenabfrage. Die könnte ich mit einem Passwort sichern. Das ist für uns aber unnötig. Dazu kann ich hier eine Aufgabe einstellen. Und dann können die Begriffe bereits erstellt werden. Das Onko ist immer unter dieser Webseite hier zu erreichen oder auf onko.de unter dem Code 31MR erreichbar. Alternativ können Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht den QR-Code abscannen. Um jetzt die Begriffskarten für die Schülerinnen und Schüler vorzubereiten, muss ich hier den Code eingeben und mich als Schüler anmelden. Dann kann ich nach und nach die Begriffe eingeben. Wenn ich einen Begriff eingegeben habe, kann ich den Begriff löschen, direkt an die Tafel schicken oder auch die Begriffe zunächst sammeln. Ich könnte hier auch die Farbe der Karten ändern, wähle aber für diese Aufgaben alle Farben gleich. Wenn ich alle Begriffe eingegeben habe, brauche ich noch einen Stapel Weißichnicht in Rot und in Grün Weißich. Und für die weitere Arbeit können wir noch einen Deckblattgut gebrauchen. Alles zusammen schicke ich jetzt auf einmal an die Tafel. An die Tafel komme ich, wenn ich mich mit dem Code als Lehrerin oder Lehrer anmelde. Nun kann ich all meine Begriffe auf einen Kartenstapel legen. Ich kann den Weißich-Stapel mit vorbereiten und den Weißichnicht-Stapel auch. Und mein Deckblatt lege ich ganz oben drauf. So habe ich für die Schülerinnen und Schüler bereits die erste Aufgabe vorbereitet. Ich kann jetzt ein Duplikat dieser Abfrage erstellen. Wenn ich das mache, bekomme ich einen neuen Code angezeigt. Den muss ich mir dann merken und den Schülern weitergeben, damit sie ihre Stapel sortieren können. Die Schüler selbst können jetzt den Stapel nehmen und zu Weißich oder Weißichnicht sortieren. Anschließend können sie die Kartenabfrage als Bild speichern, um den Überblick für die weitere Arbeit mitzunehmen. Nachdem die Begriffe in den Kleingruppengesprächen nun sortiert wurden, geht es in der nächsten Phase ja darum, dass in Kleingruppen immer ein Begriff aufgedeckt und von einer Person erklärt und von der nächsten vertieft wird. Um die Begriffe der Reihe nach zu erklären, kann man unmittelbar mit dem Stapel weiterarbeiten. Wenn man als Lehrkraft möchte, kann man natürlich die Begriffe Weißichnicht und Weißich löschen. Dann kann der erste das Deckblatt herunternehmen und den Begriff Schiller erklären. Nachdem eine zweite Person Schiller ebenfalls erklärt und vielleicht nachgebessert hat, kann die nächste den Begriff Schiller herunternehmen und den Begriff Romantik erklären, sodass dadurch reihum alle Begriffe erklärt und besprochen werden. Wenn dann alle Begriffe gesichert und in der großen Runde vertieft wurden, geht es dann darum, die Strukturen zwischen den Begriffen noch einmal aufzuzeigen. Auch für diese Strukturlegetechnik lässt sich das Onko ganz einfach weiterverwenden. Hier brauchen wir natürlich das Deckblatt nicht mehr. Nun können die Begriffe neu genutzt werden, indem keine Karten mehr zugelassen werden, später Überschriften und Pfeile ergänzt werden, die Tafel sollte nicht geputzt, sondern hinterher als Bild gespeichert werden. Die Schülerinnen und Schüler fassen also hier die Begriffe einzeln an, machen daraus vielleicht einen Zeitstrahl nach Epochen, setzen daneben dann die Vertreter der Epochen, sodass sich dann insgesamt ein Bild zeigt, in dem dann beispielsweise Schiller und Goethe stärker zwischen den Epochen stehen und Brentano und Heine auf gleicher Höhe sind. Dazu kann eine Art Zeitstrahl gesetzt werden, aber auch zusätzlich die Freundschaft zwischen Schiller und Goethe aufgegriffen werden. Diese können wir mit der richtigen Größe versehen. Dazu können wir noch die Epochen und die Vertreter der Epochen markieren. Am Ende müssen wir dann das Onko als Bild exportieren, damit es abschließend gegenüber den anderen Gruppen argumentativ vertreten werden kann. am goethe das auf save